Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu, ähm, Let's Play Rayman Origins. Ähm, letztes Mal waren wir hier, drinnen, bei den ganzen Mücken. Und, ja, wir sind hier stehen geblieben und müssen das Level noch zu Ende stellen, äh, zu Ende kriegen. Leider ist die Musik komischerweise wieder weg. Aber, naja, das geht auch ohne Musik. Zumal ich glaube, das Level dauert nicht mehr allzu lange. Wir waren ja schon relativ lange hier drinnen. Na doch, bestimmt hier, oder? Ah, jetzt haben wir auch wieder Musik. Sehr schön, rein hier. Uh, ein Mückenlevel. Rauf da. So. Hier geht's wieder um Licht. Allerhand muss, äh, Licht. Nicht Musik, um Licht geht's hier? Ich wollte schon Musik sagen. Meine Güte. Mist. Wie soll ich das denn? Ach so, da kann man, da kann man die Schüsse abprallen lassen, habe ich. So im Nachhinein das Bild, was ich so letztens, als letztes im Bild, im Gehirn abgespeichert habe, analysiert. Da unten könnte man, glaube ich, Schüsse abprallen lassen. Wenn ich das richtig beobachtet habe. So. Sehr schön. Trotzdem schieße ich selber auf wie wild. So, gut. Gut, 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 gut. Ach, hier gibt's es schon. Ich kann dich ja nochmal erneuern. So. So. Ach so. Ja gut. Gut, 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 gut. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Mensch. Immerhin ist das Level nicht allzu, äh, allzu lang und nicht allzu schwer. Ja, also dieser Abschnitt des Levels, sodass ich das relativ, ähm, schnell nochmal lösen dürfte, wenn ich mich nicht allzu sehr doof anstelle. So. Gut. Hier nochmal durch. Hier noch mehr Licht schaffen. So. Hier einmal. So. Ich schaff mir hier nochmal ein bisschen Sicherheitslicht. So. Jetzt sollte ich hier definitiv im Lichtkegel drinnen bleiben. Und hier runter. Sehr schön. Hier unten ist ja eh hell. Hier unten haben wir ja eh Sicherheit. Und damit haben wir... Das macht aus deinem Bild. Und damit haben wir den zweiten Käfig dieses Levels geholt. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben zwar jetzt unser Herz. Ne, hatten wir vorher überhaupt ein Herz? Ich weiß es gar nicht. Aber, auf jeden Fall haben wir jetzt kein Herz mehr. Was nicht allzu schlimm ist. Sollen wir hier immer weiter hin und her springen, oder was? Okay. Ich hab ein paar Lumps gesammelt. Und wir haben 300 Lumps. 304, um genau zu sein. Sollte es einfach bedeuten, dass wir eventuell dieses Mal tatsächlich beide Elektroons dafür erhalten. So, hier sind noch ein paar mehr, die man einsammeln kann. Hier weiter gucken. Hier ist auf jeden Fall noch mehr... Ja, die geben mir ja persönlich Licht. Persönliches Licht. Finde ich zwar an sich sehr gut, da ich mich ja frei bewegen kann. Allerdings, da das zeitlich begrenzt ist, gefällt mir das nicht ganz so supi. Also... Da kann man... Da bin ich ein bisschen besseren Service gewohnt. Aber naja... Man will sich ja nicht beklagen. Egal, 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 egal. Ich bin hier draußen. Und hab das... Hab diesen Abschnitt geschafft. Alles ist gut. Und ich bin in einem sowieso hängen Gebiet. Muss hier nur noch ein paar Vögelchen... Ab... Joa... Kaputt machen. Abknallen tut man sie ja nicht wirklich. Man verprügelt sie ja vielmehr. Ähm... Ich soll sie besser hier rüber. Dann soll ich so... Und hier rüber gleiten. Perfekt. Na los doch. Und den dritten Käfig dieses Levels. Das Level haben wir abgeschlossen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich genug Lumps gesammelt, um zwei Elektunz zu erhalten. Das ist ja unglaublich, dass ich das noch erleben darf. Und der erste der Elektunz ist unser. Und... Nun kommt auch noch der zweite direkt hinterher. Unglaublich. Ist ja super. Zurück zur Lichtung der Träume. Mal sehen, wie es weitergeht. Schwerende Sperrme haben wir abgeschlossen. Tückische Winde. Wind? Ja, ich erinnere mich an den Wind. Nicht besonders positiv. Der Windlevel war nicht besonders schön. Und es regnet. Du wirst wetter. Äh, okay. Okay. Das kann man auch so lang. So, und das noch mal gemeinsam sammeln. Warum eigentlich nicht? Äh, wie soll ich da... So, auf jeden Fall nicht. Gibt es hier unten irgendwas? Nein, hier unten gibt es nicht so wirklich was. Nein, ich wollte doch noch gar... Dieses Level werden wir nicht mit besonders vielen Lumps abschließen. Oder? Wo bringt uns das hin? Ach, das bringt uns wieder hier hin. Naja, gut. Dieses Level werden wir mit wahrscheinlich nicht besonders vielen Lumps abschließen. Geht es auch wieder aus? Und es bleibt an. An und für sich ja nicht allzu schlimm. Äh, will ich das überhaupt versuchen? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. So, vorsichtig. Und wieder hoch. Gut. Das hat geklappt. Gibt es hier unten noch irgendwas Interessantes? Ja, hier gibt es noch ein schönes Säckchen. Ähm. Kann ich ja mal einsammeln. So. Und hier hoch. Äh. Okay. So. Wo bringt uns das hin? Das bringt uns wieder dorthin. Okay. Hier irgendwo. Ist ein Käfig. Und ich würde schätzen, hier. Na also. Und rein da. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Was heißt abgeschlossen? Wir haben es gefunden. Abgeschlossen haben wir es noch nicht. Zum Teufel. Wir haben eine andere Musik. Ähm. Wo bringt uns das hin? Ah. Und hier rein. Damit haben wir das geschafft. Das war ja leicht. Also das war wirklich nicht allzu problematisch. Die Musik ist wieder nicht vorhanden. Aber naja. Macht ja nichts. Jetzt haben wir ja wieder Musik. So. Okay. Da habe ich meinen Zug verpasst. Aber das macht ja nichts. Das kann ich ja ruhig normal machen. Wuhu. Und jetzt war ich ja richtig rüber springen. Das alles einsammeln. Und ins nächste Gebiet. Okay. Ja. Hier ist, finde ich. Und zwar überall. Hm. Gefällt mir nicht besonders. Nein. 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 Das hatte ich gar nicht vor. So. Die zerschlage ich mal. Auch wenn ich ein Herz habe. Nein. 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 So. Ich kann ja ein paar Lums hier einsammeln. Die Lums, die ich einsammeln kann, kann ich ja einsammeln. Nicht wahr. Bis hier oben noch etwas Interessantes. Da links ist doch bestimmt was. Nein. Ich möchte eigentlich mehr... Hier unten so hin. Hier so. Naja. Immerhin. Gut. Das haben wir. Ähm. Dort unten gibt es ein paar Lums. Naja. Brauchen wir nicht unbedingt. Das bringt uns zum Beispiel da raus. Joa. Hier vor allen Dingen vorsichtig sein. So. Okay. Noch ein Herz und so weiter. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Das haben wir geschafft Schön Das Level verlangt einiges an Konzentration Aber wir haben auch einen weiteren Abschnitt geschafft, damit ist das abgespeichert, was wir dort geschafft haben Das ist natürlich sehr schön So Gehen wir mal hier lang Die Medaille hätte ich irgendwie ganz gerne Mist Dort habe ich ein wenig zu wenig mit dem Wind gerechnet Was ist dort drinnen? Palums Joa Naja Nicht dagegen, bitte So Schnell hier durch Diese Palums hier kann ich ja ruhig mal einsammeln Ist ja nicht so sehr das Problem Wo Wo Irgendwo scheint es noch ein Käfig zu geben Ja, ich sehe auch wo Ich sehe auch wo Naja Den müssen wir ja wohl noch holen, ne? So ein Käfig kann mir nicht entgehen lassen Gut Und rein da Irgendwie läuft das gerade ziemlich langsam Aber das passt schon Gibt es hier oben noch irgendwas interessantes? Sieht aus, als dürfte man da nicht hin Ich habe kein extra Herz Was mir Nicht besonders gut gefallen mag Aber es hat funktioniert So Das haben wir uns kaputt machen Sehr schön Hat funktioniert Alles ist supi Den Käfig haben wir Und wir können uns daran machen, das Level zu beenden So Hier durch Epp Wow Wow Warum auch immer ich die beiden Um es jetzt noch unbedingt einsammeln wollte So Hier lang Das war jetzt natürlich Scherke Injahal Oh Gott Ich bin von meiner eigenen Intelligenz vollkommen überzeugt So Dort Können wir nicht lang Aber jetzt können wir hier lang Wir haben den Wind ausgemacht Gut Herzenbilanz Plus minus null Wow Vorsichtig Gut Das hat funktioniert Jetzt warte ich nochmal eben bis ich die auch wirklich habe Gut Wow Vorsichtig Wenn ich mir mal in meine Lumpster angucke Kann ich es eventuell sogar noch schaffen 300 zu bekommen Ich kann ja mal kurz gucken Oh Hier geht es ja wirklich ziemlich hoch War Wow 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 Nichts gegen die Stacheln Stechen mir ja meistens Eher ungesund vor Komm schon Acht Stück noch Was gibt es denn hier Vielleicht die acht Lumps Die wir brauchen Nun Nicht ganz Aber immerhin Vier davon Wir sind zwar jetzt unser Herz los Aber Wir haben 300 Lumps Alles ist gut Alles ist gut Lass uns weiter gehen Raus hier Gut Du gehst noch kaputt Und du gehst kaputt Und den Käfig mach ich kaputt Alles supi Sehr supi Damit haben wir auch dieses Level nun abgeschlossen Mit Genuglums Um zwei Elektriktions zu erhalten Mensch Das läuft ja super hier Dort ist der erste Und Der zweite Gefällt mir sehr gut Klasse Zurück zur Lichtung der Träume Aber ich würde sagen Das war's für dieses Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja dann lasst einen Daumen hoch Und einen Kommentar da Wenn nicht Denn nicht Und ja Ich hoffe wir sehen uns dann Mal im nächsten Video Wenn es in das Level Schieß den Vogel abgeht Und ja Bis dahin Tschüss 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 Tschüss